Ramirez liegt jetzt auf Platz 3. Was hast du vor, Storm? Hey, Kostümmädchen! Zuerst dachte ich, du hast dich verfahren, weil dein Navi Schrott ist. Hör einfach gar nicht hin, Cruise. Du siehst gut aus. Es ist wichtig, glaubwürdig zu wirken. Es soll ja niemand denken, dass du es nicht verdient hast, hier mitzufahren. Er will dich nur aus der Fassung bringen. Die anderen müssen ja nicht wissen, was wir beide längst wissen. Du kannst dich aufbrezeln, so viel du willst. Aber du wirst niemals eine von uns. Hast du gemerkt, was gerade passiert ist? Ja, er hat mich aus der Fassung gebracht. Nein, nein! Hör mir zu, du hast ihn aus der Fassung gebracht. Verstehst du das nicht? Er hätte sowas niemals gesagt, wenn du ihm keine Angst machen würdest. Was? Er sieht etwas in dir, das du noch immer nicht in dir selbst siehst. Mich hast du davon überzeugt. Jetzt musst du auch dich davon überzeugen. Du bist ein Rennwagen. Benutz das. Er hat das, was du das. Er braucht ein Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020